Die Weltwehr, wie sie kannten, ging 2018 unter. Im Krieg zwischen der Erde und den Mondnazis wurde unser Planet nuklear verwüstet. Die letzten überlebenden Menschen fanden Zuflucht auf der dunklen Seite des Mondes. Die vertriebenen Überreste der Menschheit schufen sich ihre neue Heimat in der ehemaligen Nazi-Basis. Der Mondführer? Oh, ich hoffe, es ist nicht, was ich denke. Oh, verdammt, der wollte mich wohl verarschen. Wir beide kennen die Wahrheit. Der Mond wird schon bald der Vergangenheit angehören. Wir fliegen zum Mittelpunkt der Erde, die angeblich hohl ist, und finden dort hoffentlich die eine Sache, mit der ich meine Mom und im Grunde die ganze Menschheit retten kann. Okay, cool. Kann ich auch nicht? Haupttriebwerke laufen mit voller Kraft. Die Kaffeemaschine ist online. Wow, der heilige Graal, hm? Oh, oh. Zeit zum Töten. Was war das? Weiß ich nicht.